Hallo, 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 hier ist wieder eine neue Folge von Schoki Banoki on the road. Hallo. Ja, Christian ist da und ich bin auch da. Wir sind wieder auf dem Weg zu unserer Live-Sendung nach Wiesbaden und dann machen wir natürlich auch ein bisschen so Bubblerei. Auf dem Weg dahin. Auf dem Weg dahin, ist ja klar. Wir unterhalten uns ja ungern privat, deswegen möchten wir einfach nur so ein paar Themen abarbeiten, die wir halt in der Sendung wahrscheinlich nicht schaffen werden heute. Richtig. Ja, das machen wir jetzt. Was hast du dabei? Ich habe im Alter... Ja, aber da habe ich auch. Ja, ja, genau. Richtig, in Ägypten. Nein, Ägypten. Im altertümlichen Ägypten sagte ein Gesetz, dass einem Arzt beide Hände abgehackt werden sollten, wenn der Patient bei der Operation stirbt. Ja. Da hast du schon Bock, Arzt zu sein. Da hast du schon richtig Bock. Hier, das ist ein schwieriger Fall. Können Sie da noch was machen? Und du guckst mir so... Nee, Operation brauchen wir gar nicht anfangen. Lass mal gut sein. Also du fängst die Operation ja wirklich nur an, wenn es wirklich sicher ist. So ein Fußzähn schneiden. Fußnägel. Ja, Fußzähn ist geile. Fußzähn schneiden. Fußzähn schneiden. Haben die Ägypten ja ganz oft gemacht, bevor sie mumifiziert wurden. Das berühmte Fußzähn schneiden von Ägypten. Fußzähn nägel schneiden, meine ich natürlich. Was sind denn eigentlich Fußzähn? Gibt es auch Handzähn? Ja, jetzt denkt man drüber nach. Warum sagen wir hier gerade in Hessen, warum sagen wir Fußzähn? Warum die besondere Betonung auf Fuß? Wo haben wir denn noch Zehen? Das ist ja, aber Kopfhaare, kann man sagen, oder? Es gibt ja wo andere. Ja, Kopfhaare macht ja Sinn, aber Fußzähn? Oder Gesichtsnase. Das macht keinen Sinn. Oder Koprohren. Hier, ich schau dir gleich auf die Koprohren. Okay, also Fußzähn. Oh, das ist ein Blitzer. Oh, was für ein Apparello. Alter, Vater, der ist neu. Den sieht man da hinten, guck mal, den blauen da. Alter, was für ein Ding, der ist ja 5 Meter hoch. Was wollen die da alles blitzen? Im alten Rom, äh, in der alten Ägypten, da hätten die den Arzt. Aber ganz schön hier, geblitzt. Alter, was ist ein Blitzer? Das ist bestimmt so ein Blitzdingser. So ein Blitzding, genau. Auf dem Rückweg lassen wir uns mal blitzen. Man kann uns da nichts erinnern. Ja, die Frage ist, auf was er eingestellt ist. Blitzdingsen. Ja, aber die Zeit, du kennst den Film nicht so genau? Doch, aber... Du kannst die Zeit einstellen bei diesen Dingen. Ah, okay. Da kannst du sagen, 5 Minuten oder ein Jahr oder was auch immer. Und dann schauen sie jetzt... Okay. Und da ist wahrscheinlich, äh... Also so riesig wie der ist, weil du es wahrscheinlich 10 Jahre eingestellt hast. Ja, genau. So ein Riesenteil ist 10 Jahre eingestellt. Ein handelsüblicher Neutralisator. Ja. Ja, ist ja toll, dass wir das Thema so ausgeweitet haben. Achso, ja, okay. Also wir waren im alten Ägypten. Wir waren im alten Ägypten, genau. Aber das Thema ist auch abgeschlossen. Ja, dann haben wir es doch. Von daher können wir ja sagen, alles klar, Ägypten und Blitzdingser. Cheerio, Miss Sophie. Pueda. Bis zum nächsten Mal.